Hallo meine lieben Linux-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen News-Video. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest. Ich habe mir auch ein bisschen Zeit genommen, mit meiner Familie ein bisschen Ostern zu genießen. Im Gegensatz zu anderen YouTubern habe ich mir einfach die Zeit einfach mal genommen. Und das Einzige, was ich mal hochgeladen habe, war ein kurzes Review-Video über GNOME 46. Das verlinke ich euch hier oben mal in die Infobox. Heute gibt es Updates zu Apps, Distributionen und vor allem ein Großteil nimmt heute die Mega-Schlagzeile der letzten Monate ein. Und zwar die kompromittierten Pakete in den zahlreichen Distributionen mit den XZ-Utils. Dann legen wir mal los mit der News Nummer 1. Den Anfang macht heute FlatHub. Aufgrund der Diskussionen über vertrauenswürdige Software wie zum Beispiel im SnapStore hat sich FlatHub zu einem verbesserten Bewertungssystem entschlossen. Die größte Plattform für Flatpacks begann vor ca. einem Jahr sämtliche Software, die von nachweislich den Entwicklern oder autorisierten Dritten zur Verfügung gestellt wurde, mit einem blauen Haken und dem Titel Verified zu kennzeichnen. Von den mehr als 2.500 Flatpacks sind derzeit rund 1.000 davon verifiziert. Die Neuerung sieht nun vor, die restlichen Flatpacks mit einem Ausrufezeichen und Unverified kenntlich zu machen. Damit möchte FlatHub die Nutzer dieser Software sensibilisieren und besser aufzeigen, bei welchen Flatpacks eventuell Risiken bestehen. FlatHub ist genauso wenig wie Canonical in der Lage, sämtliche Flatpacks oder Snaps auf deren Inhalt oder mögliche Chartware-Software hinzuprüfen. Daher ist es wichtig, dass die Aufmerksamkeit beim Benutzer erhöht wird. Wie schon in der letzten News berichtet, hat Canonical massive Probleme mit dem Inhalt von Snaps. Betrügerische Krypto-Apps haben es immer wieder in den Store geschafft. Um der Situation Herr zu werden, hat sich Canonical nun dazu entschlossen, sämtliche neu eingereichten Snaps manuell zu prüfen. Eine dauerhafte Lösung kann dies natürlich nicht sein, es ist aber ein Anfang, um den Image-Schaden zu minimieren und um Zeit zu gewinnen, Systeme zu entwickeln, die das im Hintergrund automatisch prüfen sollen. Wann das allerdings soweit sein wird, darüber schwieg sich der Hersteller der Ubuntu-Distribution bisher aus. Die beliebte 3D-Grafik-Software Blender wurde in Version 4.1 veröffentlicht. Das Update kommt mit einigen Qualitäts- und Leistungsverbesserungen daher. Neben der Steigerung der CPU-Performance um ca. 5% wurde nun auch eine GPU-beschleunigte Hardware-Unterstützung für Open-Image-Dinos hinzugefügt. Unterstützt werden Nvidia GTX 1600er Grafikkarten sowie die Titan und alle GPUs der RTX-Serie. Bei Intel werden die GPUs mit XE-HPG-Architektur unterstützt und bei Apple sämtliche Apple Silicons. Wegen Stabilitätsproblemen werden AMD-GPUs derzeit nicht unterstützt. Wer sehr sich das allerdings im Alltag bemerkbar macht, kann ich leider nicht sagen, da ich selber die Software nicht nutze. Die System-D-Freie Distribution Nitrux veröffentlichte nun die Version 3.4. Wichtigste Änderung ist der Umstieg auf KTE-Software von Debian in der Version 5.27.10 LTS. Der Grund, warum Nitrux sich gegen Plasma 6 entschied, ist der, dass der Custom Desktop NX Desktop so viele Widgets nutzt, die noch nicht in Plasma 6 portiert worden sind. Neben Firefox in der Version 1.2.4 und dem Kernel 6.7.11 wurde das Nitrux-Add-On für den Plasma System Monitor zur Anzeige von CPU-Temperatur und den Frequenzen geupdatet. Linux Mint möchte in der Version 22 mit dem Codenamen Wilma aktuelle Recur-Notes unterstützen. Grundlage für die neue Version wird die LTS-Version von Ubuntu 24.04 sein. Pipewire wird als Standard-Sound-Server zum Einsatz kommen. Damit folgt Linux Mint dem Trend zu Pipewire wie anderer Distributionen auch. HWE-Stacks sollen zukünftig automatisch an Mint-User ausgerollt werden, so wie es auch bei den Ubuntu-Usern der Fall ist. Snaps will Mint weiterhin nicht einbinden und wird im Gegensatz zu Ubuntu Thunderbird weiterhin als DEB-Paket in das System einbinden. Zuletzt will Linux Mint DEB822 in der Quelliste unterstützen. Grund dafür ist, dass mit GNOME 46 die zugrunde liegenden Pakete auf GTK 4 umgestellt worden sind. Daher hat man sich entschlossen mit Mint 22 eine eigene X-Applikation mit dem Namen GNOME Online Account zu erstellen. Damit soll weiterhin der Zugriff auf GNOME Accounts gewährleistet werden, sowie die Desktops Mate und XFCE den Zugang erhalten. Fedora 40 ist noch nicht veröffentlicht worden, da werden schon die ersten Vorschläge für Fedora 42 eingereicht. Der Vorschlag, der extra darauf hingewiesen hat, dass es sich um keinen April-Scherz handelt, sieht es vor, den Standard-Desktop der Workstation von GNOME zu KDE Plasma zu wechseln. Als Grund für den Vorschlag nannte Joshua Strobl, der Mastermind hinter Budgie und Solos, dass KDE viele Desktop-übergreifende Standards und Tools entwickelt. Vor allem bei der Entwicklung der noch fehlenden Wayland-Protokolle sieht Strobl KDE als führend an. Auf Reddit entbrannte seitdem eine heftige Diskussion darüber. Den Link zum entsprechenden Reddit-Beitrag packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst doch bitte gerne noch ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos rund um das Thema Linux zu verpassen. Ich bedanke mich schon mal ganz recht herzlich für eure Unterstützung, davon gibt es von mir einen Daumen nach oben und weiter geht's mit den News. Kommen wir nun zum Paukenschlag, der in den letzten Tagen für so viel Aufsehen und vor allem für Unsicherung gesorgt hat. In den Bibliotheken des Datei-Komprimierungsformates XZ wurden schwerwiegende Sicherheitslücken entdeckt. Betroffen sind die XZ-Utils 5.6.0 und 5.6.1. Das in sehr, sehr vielen Distributionen genutzte Tool enthält ein Backdoor, auf Deutsch ein Hintertürchen, der Zugriff auf Rechner mit Hilfe von SSH ermöglicht. Dabei muss der Angreifer den entsprechenden Key nutzen, um Zugriff auf das System zu erhalten. Das heißt, die Benutzergruppe oder die Angreifergruppe ist in dem Fall ziemlich klein und schränkt eigentlich den Zugriff auf die Rechner auf gewisse Personenkreise ein. Entdeckt wurde das Problem am vergangenen Freitag vom Microsoft-Entwickler Andres Freund. Gefunden wurde die Sicherheitslücke unter Fedora Rawhide. Hersteller Red Hat hat kurz daraufhin vor der Nutzung von Rawhide gewarnt. Glücklicherweise wurden die kompromittierten Tools frühzeitig entdeckt. Betroffen sind die Testings und Unstable Branches von Fedora, Debian sowie OpenSUSE Tumbleweed. Wer allerdings Arch Linux oder ein Deriviat davon verwendet, hat die entsprechenden Bibliotheken bereits installiert. Arch Linux News berichtete zwar, dass das Hintertürchen unter Arch nicht greifen könnte, weil das OpenSSA nicht mit den entsprechenden Bibliotheken verlinkt sei. Es sei aber dennoch angeraten, vorsichtig zu sein und die entsprechenden Updates sofort durchzuführen. Im Web wurde schon mit der Spurensuche nach dem Schuldigen begonnen. Aktuell führen die Spuren wohl zur Co-Maintainerin des XZ-Utils-Projektes namens Jia Tan. Der Maintainer, Lasse Colin, klagte seit Langem über gesundheitliche Probleme, daher übernahm Jia Tan die Rolle und schleuste sowohl damit das Hintertürchen ein. Welche Motive oder welche treibende Kraft dahinter steckt, kann bisher nur spekuliert werden. Das Vorhaben muss aber von langer Hand geplant gewesen sein. Politisch getriebene Absichten sind aktuell nicht auszuschließen. Aufgrund des Problems mit dem Hintertürchen in den XZ-Utils hat sich Debian entschlossen, die Version 12.6 zu verschieben. Debian möchte vorher alle Sicherheitsbedenken ausräumen, bevor eine neue Version von Debian 12 veröffentlicht wird. Daher wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Der Release verschiebt sich aber erstmals auf unbestimmte Zeit. Zu guter Letzt noch eine kurze News von OpenSUSE und Arch. Arch-Nutzer können bereits eine neue Version des XZ in der Version 5.6.1-2 herunterladen. In dem wurde das Hintertürchen bereits entfernt. Ab heute steht auch ein neuer Schnappschuss von Arch zur Verfügung, welche die Änderungen bereits enthalten. OpenSUSE hat sich dazu entschlossen, alle Tumbleweed-Pakete neu zu bauen. Damit wollen sie weitere, eventuell vorhandenen Sicherheitslücken schließen. Den Nutzern steht damit ein Update von bis zu 4000 Paketen bevor. Die OpenSUSE-Entwickler raten dazu, das Update aus einem virtuellen Terminal heraus zu starten, da auch der Display-Server und die Desktop-Umgebung neu gebaut werden. Das Thema wird uns sicherlich noch eine kleine Zeit beschäftigen. Ihr könnt aber gewiss sein, dass ich euch darüber auf dem Laufenden halte. Alle wichtigen Links sind natürlich wieder in der Videobeschreibung. Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende des heutigen Videos. Ich meine, es war schon gewaltig. Gerade mit den XZ-Utils ist es schon eigentlich Glück im Unglück. Es wurde zum Glück rechtzeitig gefunden, aber trotzdem harter Tobak. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr es bis hierhin durchgehalten habt, mir zuzuschauen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet, wie ihr das am besten tun könnt. Das wisst ihr doch alle. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank.